Carl Hicko hat ein hartes Training durchlaufen. Töten, um zu überleben. Der Mord an seiner Tochter treibt ihn zum Äußersten. Hat er es getan? Einer hat diplomatische Immunität. So was gehört nicht in unsere Zuständigkeit. Nichts kann ihn aufhalten. Mag einige Zeit dauern, aber das Außenministerium bemüht sich um eine Ausliederung. Und wenn das nicht geht? Es gibt Grenzen für das, was eine Nation tun kann. Auf amerikanischem Boden fühlt er sich sicher. Wer zum Teufel bist du wirklich? Carl Hicko. Und ich will eine Knarre. Wofür? Um einen Mann zu töten. Seine Feinde sind zahlrein. Ein Mörder? Eine rücksichtslose Frau. Sie ist hier sowas wie eine Königin ohne Krone. Und ein CIA-Mann. Spiel nicht den Heldenkorn. Das geht nur nach mich und Klaus an. Sollte mir sonst irgendjemand in die Quere kommen, lege ich ihn um. Spannung, Action und gefährliche Stunts für eine blutige Rache. American Steel.